Advent, Advent, mein ganz privater Code-Moment. Herzlich willkommen zu Advent of Code Tag Nummer 2. Heute natürlich mit der nächsten Challenge und zwar der Password Philosophy Challenge. Ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, was hier schon wieder passiert ist. Und zwar geht es darum, dass wir scheinbar hier hinfliegen müssen auf unsere wunderschöne Insel. Aber dort ist was kaputt gegangen mit irgendeinem Shop. Und zwar, sie können sich im Computer nicht einloggen. Die Passwortliste ist scheinbar irgendwie kaputt gegangen und die Passwörter sind nicht gültig gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rausbekommen, ob die Passwörter gültig sind oder nicht. Und haben hier eine Password Policy bekommen, die, wenn ich das hier richtig verstehe, so aussieht. Wir müssen hier ein bis drei Mal ein A bekommen. Und also das ist quasi hier die Häufigkeit. Das ist der Buchstabe, der drin vorkommen muss. Und das ist das Passwort, was gesetzt wurde. Das heißt, dieses Passwort hier ist valide, weil wir ein bis drei Mal, also sprich einmal ein A haben. Hier steht A. Ein bis drei Mal brauchen wir ein A. Wenn wir jetzt vier A's drin hätten, wäre es nicht mehr gültig gewesen. Hier unten, das ist nicht gültig, weil wir eben ein bis drei Mal ein B fordern. Aber dieses B hier nicht drin ist. Und hier unten brauchen wir zwei bis neun Mal ein C. Zwei, vier, sechs, acht, neun Mal ein C haben wir. Das heißt, das ist noch gültig. Das heißt, die Grenzwerte sind jeweils mit eingeschlossen. Das heißt, die Eins ist drin und die Neun ist drin. Also immer kleiner gleich, beziehungsweise größer gleich. Genau. So. Und wir holen uns wieder mal unsere Challenge hier. Das sieht relativ groß aus. Aber der große Punkt ist, wir haben hier echt immer nur einen Buchstaben, so wie ich das sehe. Also ich glaube, ich habe es richtig verstanden soweit. Ja. Sieht mir stark danach aus, dass wir immer nur einen einzigen Buchstaben haben, der hier drin vorkommen muss. Wir müssen jetzt hier zum Beispiel zehn bis elf Mal ein Q haben. Ist interessant. Die haben sehr seltsame Passwörter, muss ich so mal sagen. Aber gut, okay. Ja, wir kopieren uns das natürlich wieder alles und das ist im Endeffekt unsere Challenge. Und wir wechseln mal in PyCharm. So. Ich gehe jetzt hierher und mache hier eine To-Datei. Die hier werde ich noch umbenennen irgendwann, wenn ich mal dran denke. Aktuell ist es die von der OneChallenge. So. Wir haben insgesamt 1000 Passwörter, die wir generiert haben. Wir müssen überprüfen, ob die gültig sind. Okay. Habe ich das jetzt gespeichert? Ich habe es gespeichert, oder? Ja. Wunderbar. So. Das heißt, wir können eigentlich hier wieder anfangen mit withOpen. Wie hieß die Datei? To. As f. So. Und wir holen uns jetzt wieder mal unsere Lines hier runter. Lines ist gleich erstmal leer. Und sagen hier Lines ist gleich f.readlines. So. Dann haben wir das Ganze hier ordentlich fertig. So. Was wir tun sollen, ist zählen, wie viele von diesen Passwort-Policy-Dingen hier gültig sind. Das heißt, wir müssen zählen, eins gültig, zweigültig und so weiter und so fort. Wobei das hier auf jeden Fall schon gültig ist. Ja, wir können das natürlich auch von Hand machen. Wir sind aber nicht doof. Wir wollen das natürlich programmieren. Genau. Das heißt, wir brauchen hier eine Zellvariable, die wir zum Beispiel Valid nennen. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz hier rein. So. Wie sehen die jetzt aus? Also wir haben hier immer eine Zahl, die aber potenziell auch zwei Buchstaben haben kann. Beziehungsweise zwei Ziffern, sorry, haben kann natürlich. Und wir haben hier einen Bindestrich und wir haben dann hier nochmal was, was potenziell auch zwei Ziffern haben kann. Ich glaube, wir können sogar drei Ziffern haben. Rein hypothetisch zumindest sollten wir das nicht limitieren. Aber wir brauchen mindestens eine Ziffer, richtig? Also wir können nicht irgendwie was haben, was keine Ziffern enthält. Ja. Ich würde sagen, wir arbeiten hier jetzt mal mit Regular Expressions. Ich glaube, das eignet sich super dafür. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich habe schon ewig keine Regex mehr gemacht. Wir brauchen ein Pattern. So. Also ein Pattern, das folgendermaßen aussieht. Wir brauchen eine Zahl, das heißt eine Ziffer von 0 bis 9. Und die brauchen wir mindestens einmal, aber potenziell auch unendlich mal. Das heißt, wir brauchen hier ein Plus. Dann haben wir einen Bindestrich. Achso, das muss man klammern. Das müssen wir hier klammern. So. Dann brauchen wir natürlich noch eine Zahl quasi als Ende. Also 0 bis 9. Und auch wieder mindestens eine Ziffer müssen wir haben. Aber es kann auch sein, dass wir eine Ziffer nur haben. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir fünf Ziffern haben. Gut. Dann haben wir als nächstes ein Leerzeichen. Das ist das, was ich hier reingetan habe. Das ist wirklich einfach ein Leerzeichen. Und dann brauchen wir ein Buchstaben. Das ist immer ein Buchstabe, oder? Immer ein Buchstabe. Ich glaube, es ist immer ein Buchstabe tatsächlich. Vor allem immer auch ein kleiner Buchstabe, den wir hier erwarten. Ja, sieht zumindest für mich so aus, als wäre das immer ein kleiner Buchstabe. Bei uns ist es schon mal gut. Das heißt, wir haben hier ein kleines a bis z. Von dem brauchen wir aber auch exakt eins. Also nicht irgendwie mehr als eins, sondern immer genau eins. Das hatten wir ja vorhin schon herausgefunden. Okay. Dann brauchen wir einen Doppelpunkt. Und dann brauchen wir, glaube ich, wieder ein Leerzeichen. Und dann kommt das Passwort. Und das Passwort ist mindestens eine Stelle lang. Potenziell aber auch unendlich viele Stellen lang. Ja. Das sieht so aus. Also wir haben überall mindestens eine Stelle Passwort. Das ist gut. Das heißt, wir können hier sagen tatsächlich von a bis z. und brauchen hier auch wieder ein Plus. Das sind ja auch nur kleine Buchstaben und keine Zahlen dabei. Keine Großbuchstaben, kein gar nichts. Das sollte also als unser Pattern ganz gut funktionieren. Und ja, jetzt gehen wir hier mal ganz kurz durch und gucken uns mal in unserer jeweiligen Zeile um. Das heißt, for i in Lines oder for l in Lines. Ja, wobei l ist eher Liste. For l in oder i in Lines. So. Diese Dinger müssten hier eigentlich... Entschuldigung. Ich habe irgendwie... Nein, kein Corona. Keine Sorge. Die müssten eigentlich alle hier matchen. Das heißt, wir gucken jetzt mal ganz kurz nach, was wir bei den ganzen Dingern rausbekommen. Hier und zwar print re.search. Unser Pattern. Ach so, ich habe re noch gar nicht importiert. Upsi. Ich bin auch clever, ne? re.search und zwar Pattern und i. Also wir suchen nach diesem Pattern den i. Das sollte eigentlich jedes einzelne Mal funktionieren. Ja, genau. Und was war das? Das war noch die Challenge von letztem Mal. Das wollte ich natürlich nicht. So. Match ist gleich. Ja, wir haben überall quasi die Matches. Das ist wunderbar. Wir haben jedes einzelne Mal ein Match gefunden. Sieht gut aus. Okay. Das heißt, wir haben hier tatsächlich jedes Mal ein Match gefunden. Wir haben hier dieses Match-Object bekommen. Keine Sorge. Das ist ganz normal. Wir sehen hier auch, wie groß das immer ist. Also hier zum Beispiel 22 Zeichen, hier 12 Zeichen und so weiter und so fort. Aber das ist gut. Das heißt, wir haben hier unseren Match, den wir definieren als das hier. Und mit diesem Match können wir jetzt weiterarbeiten. Den können wir jetzt nämlich hier, ähm, ja, einfach auslesen. Und zwar kann man hier ja diese Gruppen einteilen. Das kennen wir aus, äh, aus Regular Expressions. Ähm, so. Jetzt müssen wir hier ein Min-Amount festlegen. Ein, ähm, ähm, einmal dieses Minimum, was hier quasi drin ist. Das sollten wir bekommen, indem wir hier über, ähm, Matches, Matches, äh, ja, Match, genau. Match. Ähm, Group hieß das, meine ich. Group, genau. Group 1 oder Group 0. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal ganz kurz rein, ähm, was dabei passiert. Group Min-Amount. So, ähm, okay, gucken wir mal, was das jetzt mir ausgibt hier. Group von 1. So, das oberste ist eine 5 gewesen. 5 bis 11. Ja, genau. Was war denn Group von 0? Gab's das überhaupt? Ich glaube, das gab's gar nicht, gell? Ah, Group von 0 war das Gesamte. So war das. Richtig, richtig, ja. Okay. Sorry, wie gesagt, ich hab das auch schon ein bisschen nicht mehr gemacht. Äh, Regular Expressions brauchen wir jetzt nicht jeden Tag. Gut, das heißt, wir haben hier die Min-Amount. Und dann haben wir hier die Max-Amount. Ist gleich Match. Punkt. So, jetzt ist die Frage, ist das direkt Group 2? Das sollte direkt Group 2 sein. Dann, ähm, gucken wir mal. Gucken wir, wie gesagt, alles nachher ein, äh, oder an. Dann sollten wir in der Group 3, sollten wir diesen Buchstaben haben. Also, äh, char ist gleich Match-Punkt-Group 3. Ähm, und das letzte ist natürlich unser Passwort. Passwort ist gleich Match-Punkt-Group von 4. So, so, das geben wir uns jetzt alles mal komplett hier aus. Also, Min-Amount, ähm, plus, ach, wisst ihr was? Wir machen das in separaten Print-Statements. Dann ist es aufgeräumter Max-Amount, ups, Max-Amount. Dann haben wir hier Print-Char. Dann haben wir Print-Password. Und dann sind wir durch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, so, sieht gut aus. 3, 9, N. Wir gucken mal beim ersten Nachricht. Wir wissen, ob das richtig funktioniert. 5, 11, T und Gülhübe. Okay, das kann ich nicht aussprechen. 5, 11, T und Gülhübe. Okay, gut. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon alles ausgelesen, was wir brauchen. Ich mag Regular Expressions. Man muss sich ein bisschen reindenken, wenn man Übung drin hat. Es ist aber mega geil. Deswegen mag ich diese Übung gerade dafür. So, okay. Das heißt, was wir jetzt hier machen können, ist ganz einfach. So, was mussten wir jetzt machen? Wir mussten überprüfen, ob dieser Buchstabe hier drin so und so viele Male ist. Apropos, warte mal. Das sind alles Strings. Wir müssen das noch konvertieren in Zahlen, oder? Das müsste, ähm, äh, in, so, int. Und das müsste eigentlich auch ein int sein. Okay. Ähm, gut. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob dieser Char, if, äh, Char, in, äh, Password... Aber, Moment mal. Ähm, wenn ich nur in Password mache, kann ich ihn nur einmal überprüfen. Das heißt, wir müssen im Passwort quasi zählen, wie oft er da drin ist. Count. Ähm, und zwar den Char müssen wir hier drin zählen, wie oft er drin vorkommt. So. Ähm, das lagern wir allerdings aus. Und machen das hier oben. Ja, genau. Genau, das wollte ich so haben. Was ist denn los? Kopierst du mir das bitte? Jetzt. Ähm, okay. Count ist gleich. Okay. So, jetzt haben wir hier quasi die Anzahl, wie oft wir das Passwort, äh, wie oft wir den Buchstaben drin haben. If Count kleiner gleich, ne, größer gleich dem Min Amount. Ups. Min Brunnenstrich Amount. And Count kleiner gleich Max Amount. Und dann erhöhen wir unseren Counter, also unser Valid, plus gleich 1. So, das sollte theoretisch jetzt so funktionieren. Ähm, wir gucken mal, ob das einfach schon quasi die Lösung war. Und geben uns hier unten quasi unser Valid aus. So, 378. Okay. Ähm, könnte sein, dass wir das noch nicht direkt haben. Okay. Okay, geben wir das mal hier ein und wir sehen, das war richtig. Yay. Sehr gut. Okay, Nummer 2. Nummer 2 ist, ähm, while it appears you validated the passwords correctly. Ähm, wir haben hier jede Policy beschreibt, also jede dieser, dieser Regeln hier beschreibt, wo der Buchstabe sitzen muss. Das heißt, wir müssen jetzt jeden Buchstaben exakt zweimal haben und zwar an der richtigen Stelle, weil der Shopkeeper definitiv, ähm, boosted ist. Und, ähm, okay. Das bedeutet, wir haben hier anstelle Invalid? Moment, warum Invalid? Exactly one of these positions must contain the given letter. Other occurrences of the letter are irrelevant for the purposes of policy enforcement. Ah, okay. Das heißt, wir müssen exakt einmal, also entweder anstelle 1 oder anstelle 3 muss ein A stehen. Das ist hier der Fall. Anstelle 1 oder anstelle 3 muss ein B stehen. Anstelle 2 oder anstelle 9 muss ein C stehen. Aber nicht, ähm, ein, ein, ja, kann beides sein, sondern ein entweder oder ist hier gemeint. Okay, das kriegen wir hin. Ähm, das machen wir direkt hier unten drunter. Ähm, schreibe ich einfach Part 2 hin. Ähm, so. Das heißt, wir brauchen unsere, also Password von, ähm, von MinAmount. Das nehmen wir jetzt einfach quasi hier einfach dieselbe, ähm, dasselbe Dings. Muss der Char sein. Ähm. And not Password von Max, äh, Mann, oh. Max Amount muss der Char sein. Dann ist es Valid plus gleich 1. Ah, stopp, wir brauchen einen neuen Counter. Ähm, Part 2, ups, Part 2 ist gleich 0. So, ähm, Part, Part 2 ist plus gleich 1. Ähm, weil wir dann hier eben an der MinAmount das Pass, äh, äh, den Buchstaben haben und an der Max Amount nicht den Pass, äh, äh, den Buchstaben haben. Ansonsten gibt's noch einen zweiten, ähm, gibt's noch eine zweite Möglichkeit, nämlich das an Max Amount, das, äh, der Buchstabe steht. Gleich Char and not Password von MinAmount. Gleite ich gleich Sorry Okay, Part 2 Plus gleich 1 Die beiden sind ja exklusiv, das heißt, wenn das hier Wahr ist, ist das hier oben definitiv nicht wahr Ich hätte eigentlich hier also kein Elif gebraucht Aber das ist okay Okay, das sollte funktionieren Jetzt printen wir uns noch Part 2 aus Part 2 Gut String Index Out of Range Das ist natürlich fies Ja, natürlich Das kann vorkommen Ah, nein, warte mal, die haben das anders gezählt Und zwar hier Stelle 1, da leuchtet das hier Das sieht man ganz, ganz schlecht, warte mal So sieht man es ein bisschen besser, das leuchtet Das heißt, Stelle 1 ist eigentlich die Stelle 0 Wir müssen das noch anpassen hier, dass das auch Wirklich die richtige Stelle ist Das bedeutet MinAmount-1 MaxAmount-1 Weil wir ja immer eins weiter vorne gucken müssen Die können nicht zählen, das sind keine Informatiker Diese Shopkeeper dort So, jetzt haben wir keine Out of Bounds mehr 280 Passwörter sind immer noch valid Das ist ganz schön viel Okay, wir gucken mal, ob das richtig ist Und es ist richtig Wunderbar, wir haben es geschafft, Leute Ja, das war eine Lösung mit Regular Expressions Ich hoffe, ihr konntet das soweit nachvollziehen Wie gesagt, es ist eigentlich, wenn man es kann, super einfach Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen Wie üblich Ah genau, eine Sache, die ich hier wichtig noch sagen muss Und zwar Ich habe euch letztes Mal darum gebeten Euren Code in die Kommentare zu posten Das hat nur bedingt gut geklappt Weil die YouTube Der YouTube-Algorithmus Oder der YouTube-Kommentar-Algorithmus Ist ein bisschen schwierig, was das angeht Der klassifiziert viele von euch als Spam Das heißt, bitte seid mir nicht böse Wenn die nicht da sind Ich lösche die nicht Okay, das macht YouTube automatisch Das Problem ist, dass ich sehr, sehr viel Spam bekommen habe Und deswegen auch sehr viel gelöscht habe Von irgendwelchen Hackern, die Werbung für sich machen Über E-Mail oder sonstige Scheiße Und die will ich natürlich hier nicht drauf lassen Auf dem Kanal Weil ihr euch da potenziell damit auch gefährdet Wenn ihr die anschreibt oder sowas Und das ist sehr, sehr gefährlich Deswegen muss ich die natürlich alle löschen Und deswegen ist bei mir halt die Spam-Liste relativ voll Und ja, er ist auch ein bisschen sensibel geworden Der Algorithmus, was das angeht Das heißt, bitte Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn es irgendwie nicht funktioniert Ich schaue natürlich nochmal rein, wenn ich dran denke Dass ich da auch eure Kommentare freigebe Aber bitte nicht böse sein Das gilt für alle Videos leider Es ist sehr, sehr zickig geworden Okay Aber ja, das war es von meiner Seite wieder mal Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir hören uns morgen wieder Bei der nächsten Challenge natürlich Bis dann Ciao, ciao Ciao, ciao